Back to the future, von meiner Mode, Leute. Wir gehen rein in die Kacke. Wir steppen in den Scheiß hinein. Oh, Digga, bitte nicht. Bitte nicht, lass mich taub werden. Bitte lass mich nicht taub werden. Okay. Okay. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich hier ficken lassen? So was. Wie viel dabei hast du Geld, eh? Tja, wie viel willst du denn haben, Bild? Einfach aus dem Frame geschossen. Oh, Bild macht Liegestütze. Na gut, Milchgesicht. Oh mein, Warte, Piff. Was ist das? Das ist Calvin Klein. Oh mein Gott, der ist klein. Was ist das? Warte, lass mich mal nach vorne. Oh, das hat das Kind umgebracht. Kekse nicht wieder. Was ist das? Die Welt sei mir gegrüßt. Das guck ich mir hier an. Hallo, Kaku. Hallo. Was ist das für ein Ding mit... Was ist das denn? Digga, also... Der ist einfach tot und das war's, oder wie? Digga, so habe ich zurück in die Future... Zurück in die Zukunft, aber nicht... Äh, also... Ähm... Zerquetzig! Der Lohle! Schuss! Schuss! Äh, es ist doch immer wieder lustig, wenn unbeteiligte zu Schmerzen kommen. Lorraine, woher kommt er? Weiß ich nicht, aber das werde ich schon nicht rausfinden. Ich bin jetzt back, biggity back, biggity back, biggity back. Ey, hast du schon mal Saft getrunken? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen, Digga, das ist alt. Wie mit den Kirschen? Nein, Alter, das neue Saft trinkt. Das sind Orangen mit Kiwi. Ein geiler Saft, Alter. Frag nicht, was für Saft ist, Pussy, dude. Yeah, 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 yeah. We're getting paid. покo... Yeah! Komm, dreh ne Runde, wir fahren schnell und wir sind so schnell. 15 Tage knast. Wir kommen von Minus, mach nie mehr Money. Dann nicht geht raus. Minus mal Minus ist los. Du weißt Bescheid, wir sind schlaut. Ich fahr lol, ich fahr sooz, ich fahr beclem wie Barons 23 Stunden Zelle Ah! Ich fahr nem Bababon Digga, also Autos Ich fahr über mein Brons, scheiße Bro, mein Lieder sitze voller Grons Ich überfahren mein Brons, scheiße, jetzt ist der Tod Ach, der kann jetzt seinen Brow einfach überfahren, das ist der Tod, der Arme Ah, 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 Alcantara Lieder sitze, wir sitzen beclem Danke für Anna, Marvin and Money, Magnet Dann, wo liegt das Problem? Digga, Trener, yes, cry, nicht wie's mir geht, die ganze Stadt brennt, doch mein Eis hält mich kalt äh, okay Hab den Text vergessen, scheiße, ich vertreib Frau Ranger war kein Tesla, noch besser, ein Tesla Und du siehst auch Alle Jungs in meiner Stadt sehen fett und hässlich aus Und ich sag nur, denn ich bin eine Kuh Wir machen Gang Gang, denn wir sind alle cool Mein Leben, ein Film wie im Kino, Allah ist okay Und ich ver- Däger, Leute, ich, also mein Gehirn, das kann das nicht Ich kann das nicht Ich, 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 das ist, äh, äh, ja, nee, jetzt, äh, komm Bei Elite Partner lernst du niemanden kennen Elite Partner bringt nichts Elite Partner ist was für Hoffnungslose Elite Partner verliert jeden zweiten Kunden Elite Partner kostet ein Vermögen Elite Partner, für Singles mit Niveau Was? Ich hab ne neue Matratze gekauft Ich auch Nee, nee, nee Hab ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ach Ich schon Nee, nee, nee Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis, hm? Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet 90 Euro Nee, nee, nee Ach Nee, nee, nee Ach Nee, nee, nee Ach Jetzt ganz bestellen auf bet1.de Das wird ein riesen Jahr Jetzt bis zu 5 Euro Elektro zu Ja, das hat sich aber nicht so bewahrheitet Du musst es einstecken Der Dyson V8 Akku Handstaubsauger mit bis zu 4 Minuten Laufzeit Schlau 4 Euro Das ist gut Plus 4 Euro geschenkt Jetzt bis zu 5 Euro abkassieren Mhm Hauptsache ich hab's Also man muss aber ganz kurz sagen Irgendwo ist es ja dann auch einfach weird Wenn das jetzt so weitergehen würde Also es ist Zeit einfach für Ja Vielen Dank.